Autumn? Mit wem bist du heute hier? Mit meiner Cousine. Das ist das wohl magischste Geräusch, das du je hören wirst. Ich will noch nicht Mutter werden. Wo sonst kannst du hin? Nirgendwo in Pennsylvania. Ich denke, du solltest es woanders versuchen. Halfway through this life I used to feel free Or was it just a dream But you're just seventeen So much like me Wünschst du dir nicht auch manchmal ein Typ zu sein? Klar, immer. Bist du bereit? ooh o sie hier